Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Barlow mit Folge Nummer 77 von Barlow spielt Fallout 4. Wir nähern uns immer mehr dem Punkt... Hi Daddy, kam ich hier neben drunter? Daddy, ich will doch nur zu dir. Du bist gar nicht Daddy, du bist ja mein Seelen wirklich. Upsi, bin ich da ein bisschen auf den Kopf gesprungen. Wir nähern uns immer mehr dem Punkt, wo... ...die Hauptstoryline sich gegenseitig ausschließt, wo wir nicht mehr mit allen Fraktionen zusammenarbeiten können. Aber wir wollen es so weit wie möglich bringen. Battle of Bunker Hill oder Bunker Hill ist die nächste mögliche Quest. Ähm, Talk It Out. Ich muss wieder gar nicht hier hören. Das weiß ich, dass die Railroad... Oh, Entschuldigung, dass die Railroad Synth gefunden hat. Ja, sie sind gut. Ja, sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind nur tun, was sie glauben ist richtig. Du hast mit Libertalia gespielt. Das ist das Ergebnis ihrer selbstverständlich, langsichtige Plan. Normalerweise sind sie eine kleine Nuisance. Aber inzwischen haben sie sich mehr... ...emboldened. Ich glaube, dass wir auf den Punkt gekommen sind, wo eine Antwort ist notwendig. Wir haben gelernt, die current location dieser Synths. Und wir müssen sie wiederholfen, bevor die Railroad kann sie schützen. Okay. Ähm, where is the location? A small settlement at the old Bunker Hill monument. But it's important that we act on this soon. Before the Railroad has any indication we've tracked them. Okay. 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 Uh, act quickly. Okay. Uh, act quickly. You'll have a contact waiting for you just outside Bunker Hill. Good luck. Prima. Reach Bunker Hill. Optional informed Brotherhood and Railroad. Ähm, ja. Wir werden jetzt zu den CIT-Ruinen gehen. Und dann der Railroad Bescheid geben, dass auf sie gewartet wird in Bunker Hill. Wir sind im Moment noch freundlich mit allen. So. Und laufen jetzt zur Railroad. Das ist nicht weit. Wo sind wir denn? Wir sind auch nicht weit von Bunker Hill entfernt. Nur mal so am Rande. Und auch Railroad ist nicht weit von Bunker Hill entfernt. Also das ist alles in einer Ecke. Wir werden jetzt die Railroad warnen, dass es dort zu einem Kampf kommen soll. Bunker Hill ist übrigens eigentlich die coolste Siedlung, die es gibt. Aber leider erst nach genau diesem Kampf verfügbar. Hier über die Brücke. Und dann noch ein gutes Stückchen weiter. Aber das kennt ihr ja mittlerweile. Können wieder sprinten. Ich bin mir gar nicht sicher, welchen unmittelbaren Einfluss das hat. Dass wir der Railroad Bescheid sagen, dass dort gekämpft wird. Wir möchten auf gar keinen Fall der Brotherhood of Steel Bescheid sagen. Weil ich die Sorge habe, wenn wir der Brotherhood of Steel Bescheid sagen, kämpfen die dort auch gegen die Railroad. Und ich hoffe nicht, dass die von irgendwoher anders Wind davon bekommen. Was ich halt ganz interessant finde ist, dass eigentlich die ganzen Hauptfraktionen wissen, dass ich mit den anderen jeweils zusammengearbeitet habe. Oder sogar noch zusammen arbeite. Das ist aber keiner für Nötigkeit, mich zu beschatten. Oder mit mir die Zusammenarbeit schon vorher zu beenden. So, hier gehen wir rein. Und gucken, wo das Dämona ist. Und warnen sie. Um. Warned about Bunker Hill. Um. Warned about Bunker Hill. Um. Um. Disagreed. Wir werden viel mehr als vier Synths, wenn der Institut mich auskommt. Dann müssen wir sicher, dass ihr in ihren guten Gräten bleiben. Wir haben nie gehört, wann und wo der Institut uns weiterkommt. Aber jetzt haben wir eine Chance, um die Tafeln zu drehen. Wir warten, bis der敦werf ist in der Position. Dann werden wir sie feststellen. Dann werden sie stark verletzt. Niemand, die sie senden, kommt zurück außer dir. Entstanden? Uh. Too risky. So viel könnte passieren. Es ist zu riskant. Mit Glorie, du und weitere Anführungen? Ich glaube, wir haben eine Chance. Wir können nicht zu früh attackieren. Wir müssen sie in die Zettbewerbung ziehen. Und dann die Tafeln ziehen. Du wirst wissen, wann. Du wirst wahrscheinlich einen Korser-Escort haben. Du musst ihn runternehmen. Du hast es bereits gemacht, aber es wird immer gefährlich sein. Um. Too gefährlich. Ansonsten, auf dem alles? Es ist zu viel? Es ist ein Risiko. Aber es ist eine, die wir nehmen müssen. Also fertig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn ich der Railroad tatsächlich helfe und tatsächlich diese Mission für die Railroad erfülle, noch in der Lage bin, ins Institut zurückzukehren. Aber es werden wir gleich sehen. Nein, ich will jetzt keine Korser für dich umbringen, Pam. Auf nach Bunker Hill. Was mache ich? Hier dann. Ja doch, Drummer Boy. Weiß ich doch. Dann gehen wir jetzt nach Bunker Hill. Ich habe halt immer noch nicht die Quest bekommen. Und ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Das ist eigentlich mal eine spannende Frage. Und ob ich die Railroad überhaupt hätte informieren sollen. Die Synth im Institut, die ich befreien soll, haben mir gesagt, ich soll weiter mit Father zusammenarbeiten. Das ist eine Railroad-Quest. Also im Auftrag der Railroad soll ich die befreien. Der nächste Schritt von der Quest wird nur getriggert, wenn ich weiter mit Father zusammenarbeite. Weiter mit Father zusammenarbeiten bedeutet aber eigentlich auch, also wenn ich tatsächlich die Aufträge erfüllen würde, dass ich jetzt gegen die Railroad in Bunker Hill kämpfen muss. Die Railroad aber sagt mir, kämpf gegen Father, was vermutlich bedeuten würde, wenn ich Pech habe zumindest, dass er mich aus dem Institut kickt, was die Quest verhindern würde, dass ich die Synth aus dem Institut befreie. Und eigentlich müsste das Dämona das wissen. Und darüber auch besorgt sein. Ihr redet gerade von 4 Synth in Bunker Hill. Ignoriert aber alle Synth, die... Hi. Ist schön. Hi. Hey, X4. We must proceed with the mission. Our targets are inside. Four Synths under Railroad-Protection. Majority of the Settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. The covert approach is likely impossible. As our missions parameters just changed, we go and shooting. We request Backup-Relay now. Okay. So, wer kämpft jetzt hier alles? Railroad und Synth. Und das Schöne ist, dass wir mit keinem von denen feindlich sind. Was? Wer ist da hinten? Ach, das sind Hule. Lässt ihr wohl meinen Hund in Ruhe? detonieren. Ja. Ihr kämpft mal da gegeneinander, ich kämpfe gegen die Bruder. Oh, ich treffe ja hervor an, gerade. Nicht zu sein, gar nicht. Yo. Da werden noch einige mehr kommen. Wir kümmern uns um die Grude, ihr könnt auch um Bunker Hill kämpfen. So, noch mehr? Alter, dieses... Kopf, Kopf, Kopf... Und noch mal Kopf. Die letzten drei sind Crits. Deswegen bräuchte er auch nicht mehrere Schüsse. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kopf, Kopf. Kopf. Mach die Öle tot. Mach die Öle tot. Das hört gar nicht mehr auf, ne? So. Grude spawnen halt ohnehin schon immer in einer relativ großen Anzahl. Und wenn man dann natürlich noch dreimal so viele Spawns eingestellt hat, dann, ähm, sind das eine Menge Grude. Oh nein, dich wollte ich doch gar nicht killen. Also noch nicht. Danger? Jetzt bin ich in danger? Ach, von dir. Wow. Wo bist du denn wieder hingesprungen? Immer noch danger? Komisch. Sind da oben etwa noch mehr Grude? Alter, ich komme aus dem Kampf mit den Gruden nicht mehr raus. Da oben ist noch einer. Farrow Ghoul Reaver. Ich meine nicht, dass da nicht schon genügend Leute in Bunker Hill wären. Achso, ihr kämpft ja Brotherhood auf Steel. Das soll mir recht sein. Liebe Brotherhood, nicht, dass ihr da irgendwas verwechselt. Ich habe lediglich geschossen auf Ghoulia. Nicht auf euch. Wir sammeln Zeug auf. Ihr könnt miteinander kämpfen. Ich sag mal, wie viele und von wie vielen Seiten denn noch. Ich sag mal, wie viele und von wie vielen Seiten denn noch. Ich weiß auch gar nicht, wo deren Spawnpunkt ist. Mir sind da noch nie so richtig cool aufgefallen im Bunker Hill. Dortmund. Dortmund. Jesus Christus. Daneben gesprungen, mein Freund. Ein tödlicher Fehler. Oh, der ist da. Oh, der flog denn da rum. Dortmund, ich helfe dir gleich. Ich muss hier nur Ghoulia looten. Bleib still. Papa ist gleich da. Oh. Oh. Fein gemacht, Dogmeat. Ich habe ja nicht gerade das Gefühl, dass es nur eine weitere Fraktion hier ist. Also sollte es nicht sein, aber... Oh, hier könnte ich Brotherhood of Steel Uniform klauen. So. Killen, aber nicht mich. Ach, die kämpfen da hinten jetzt auch mit den Ghoulen. Dieser Railroad Armored Code ist übrigens richtig gut. Also hat sehr viel Rüstungsschutz. Was ist das für ein Hund? Wozu gehört der? Achso, das ist einfach nur ein Bilderhund. Lasst euch nicht stören, Leute. Das sind Brotherhood of Steel und Railroad. Schön. Und Ghoulia. Und Ghoulia. So. So. Auch hier dürfte eigentlich keiner feindlich sein. Okay, warum sind die Türme feindlich für uns? Das verstehe ich gerade nicht. Ghoulia. Ghoulia sind schon beeindruckend. Aber gut, deren Konfett... Oh. Die sind zwar nicht feindlich, aber Granaten sind immer noch Granaten. Ich bin ein bisschen nicht ganz sicher, wo ich hin bin. Und hier unten durch. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Railroad Handling. Okay, ich glaube, der Turm ist nicht feindlich. Weil es ist nicht feindlich, oder? Oder? Ja, leider schon. Ich hoffe nur, die Railroad findet es jetzt nicht schlimm, dass ich die Türme kaputt schieße. Aber wenn die Türme auf mich schießen, muss ich das tun. Ohne. So. Find the escape simp. Schlafen wir doch mal kurz hier. Was sagt denn eigentlich meine Quest von der Railroad? Was genau meine Aufgabe ist? Ich habe überhaupt keine Quest von der Railroad, die irgendwas sagt, ne? Hm. 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 Das ist jetzt kaum. Ach, jetzt muss ich den Kausler killen? Shit. Shit. Shit, shit, shit. Hey there. We'll get somewhere safe as soon as you're gone. Was sagt dir das eine? Also, wir müssen jetzt mit Father sprechen. Ich glaube, Father war nicht happy mit uns. Und ihr habt aufgehört zu kämpfen? So plötzlich? Oder sind einfach alle kaputt? Hm. 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 Ich glaube, dass der Kausler zu Hause zu schicken. Ohne, dass der Kausler feindlich wurde. Tja, Father. Geht glaube ich auch am schnellsten, indem wir Fast Travel zum Institut machen. Also noch sind wir nicht rausgeschmissen. Und von dort Fast Travel zu den Ruinen. Und da müssen wir dann Father finden. Ich glaube, der ist hier irgendwo auf dem Dach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay, jetzt zeigt mir das Tür-Symbol an. Hm. Dogmeat. Alles gut, Dogmeat. Oh. Upsi. Synth, die mit Ziffernut anzupassen. So, jetzt bin ich nicht ganz sicher, welcher von den Wegen das ist, den ich feuern muss. Ich mach mal nur die Quest an. Nicht sicher, was ich hier für eine komische... Also warum ich mehrere Türen habe, die mir auch gleichzeitig gezeigt werden. Und jetzt zeigt er mir wieder nur die Tür, hier reinzugehen. Okay, er verwirrt mich. Ich dachte, ich muss ihn hier irgendwo auf dem Dach treffen. Ich dachte, das hätte ich so in Erinnerung gehabt. Vielleicht täusche ich mich aber auch einfach. Und vor allen Dingen geht es hier auch nirgends aufs Dach. Das sieht nur so aus. Ähm, gut. Muss ich wohl doch wieder da rein? Oder komme ich hier irgendwie hoch? Da nicht. Oder hier? Nee, ne? Die Tür ist zugenagelt. Die Tür ist auch zugenagelt. Okay, also doch in die CIT-Ruinen. Hm. Da hätten wir uns Zeit sparen können. Ja, someone there. Jesus Christus. Ihr geht mir auf den Sack da, Rudi. Immer noch someone there. Komm. So, ich habe keine Ahnung, wo es hier hoch geht. Und ob ich hier überhaupt hoch muss. Aber ich glaube, ja. Weil ich irgendwie gesagt glaube, ich mich erinnern zu können, auf dem Dach treffe. Ich weiß überhaupt keine Ahnung, warum mir als richtiger Weg die Tür nach draußen gezeigt wird. Scheint mir keinen Sinn zu machen. So. Hier müsste es doch irgendwo Treppen geben, oder? Vermutlich da hinten, wo er rauskommt, ne? Weil er doch eben oben war. Oh. Hier sind Treppen. Aber hier sieht es auch nicht so aus. Wie irgendwas, was mir weiterhelfen würde. Vielleicht hier irgendwo? Geht es weiter hoch? Ich habe keine Ahnung. Vater, ich würde dich ja gerne treffen. Nur wo? Ich weiß das nicht. Ich laufe immer noch im Kreis. Hier kann ich glaube ich nicht runterspringen. Das ist zu hoch. Spiel. Du machst mich fertig. Ich springe hier runter. Ging. Okay, ich... Habe ich noch irgendeine andere Quest offen? Nein, ich habe nur eine Quest offen. Kriege aber zwei Pfeile angezeigt. Ach so, der eine wird vermutlich der zu Bunker Hill sein und der andere nicht. Also muss ich doch hoch. Das zeigt mir hier oben ein Symbol von der Tür an, auf einer höheren Ebene. Das ich aber tatsächlich im Spiel nirgends finde. Das müsste in die Richtung sein. Also in die Richtung hier. Aber hier ist kein Weg. nach Osten. Ist eine Etage tiefer ein Weg nach Osten? Oder eine Etage höher ein Weg nach Osten? Versuchen wir es nochmal. Wir irgendwo irgendwas finden, was uns helfen kann. Hier ist zumindest ein Treppenhaus wieder nach Osten. Da waren wir aber eben schon und da geht es halt nirgends weiter. Ne. Die Tür ist zu. In die Richtung ist es aber eigentlich raus. Gut. Ich werde suchen, wo ich lang muss. Beim nächsten Mal werdet ihr es sehen. Bis dahin. Tschüss. Sagt euer Onkel Barlow. Sagt euer Onkel Barlow.